Und ich brauch noch... Nein! Alter, bleib da! Ich brauch... Was brauch ich denn? Eigentlich brauch ich halt eh eine eigene Waffenfabrik, eh? Mit meinen Panzern. Aber da ja. Ressourcen haben wir erstmal abgedeckt, oder? Oh! Ich glaub, die Düngerstellung haben wir zerstört, he? Oh! Sie kommen von der hinten, die Säcke! Da, Führer! Jetzt bräuchte ich die eigentlich wieder. Was ist das? Nein, den Palast brauch ich noch. Ja, hab ich den noch nicht. Können wir nicht in Frieden leben? Nein! Jetzt gibt's keinen Frieden. Oh, das ist er. Das war mein Panzer. Diese Raketenboots. Nein, diese Raketen-Buggys, gell? Diese Raketen-Buggys. Dann fällig. Schießt sie in Stücke. Wir sind allerdings schon mal da auf 100. Räuter. Ich befürchte, der haut mich jetzt gleich raus hier um den Dorn, was er hat. Bedeutet, ich bring dir mal alles in Deckung. Alter, was ist da los? Bum, geht's in Deckung. Das kann nämlich gleich hässlich werden, wenn die den Skatz-Sturm abfeuern. Nein, bleibs da. Ich muss die Stellung halten. Jetzt bei mir noch drei Panzer. Gefolgt, dass du spät bist. Wir sind die Besten. Ich bin der Bulldozer. Geht in Deckung. Wir müssen da aufpassen, gell? Nicht, dass da eine Ruhe bricht. Warte auf Koordinaten. Ein paar Sekunden noch. Und dann wird der Skatz-Sturm abgefeuert. Räuter. War noch Skatz-Sturm abgefeuert. Oh Gott. Bum, es wird hässlich. Wo schluckt er? Ich hoffe nicht, Tomat. Oh. Genau die Basis. Oida. Ja, genau meine Basis drauf war. Aber sie steht noch. Also so hölpert. Oh, ist verseucht. Wie ist das Schweine-Dä? Sag ich mal. Jetzt hab ich ein Gebäude verloren. Oh. Die schaut da aus. Einheit verloren. Das ist einfach nicht so gut. Wir sind unterwegs. Mittere Flughöhe. Zeigen wir es dir, Kern. Das wird sie aufwägt. Feuer, er hat. Ist sie in Stöcke. Ringen uns ziehen. Hört, du dich denkst. Nur keine Panik. Wir bleiben mal da hinten, gell? Meine Kundschaft da. Mr. Vire. Ich sehe mich bald. Bomben braucht sie jetzt zum Verteidigen bereit. Bisschen Heilung. Wow. Ist das eine Schlacht, he? Sie geben nicht auf. Aber jetzt komm ich. Und zwar mit den Bombern. Da schaut er dieser. Versteckung, da war. Alles klar. Einheit verloren. Zumindest hat er die Bombe abgeworfen. Oh. Oh. Ein paar haben wir schon getroffen, gell? Hier schauen wir mal die so. Die Schweine kämpfen da hinten. Wir sind die Besten. Suchen und zerstören. Einheit verloren. Oh, scheiße. Jetzt kommen wir von der Seite. Ja, bin ich deppert. Gebäude verloren. Einheit verloren. Okay, bumm. Verteidigen. Holger. Es war auf jeden Fall eine knappe Angelegenheit, gell? Okay, wohl zugeben. Wir sind unterwegs. Ich werde arbeiten. Ich werde gehorchen. Okay, boah. Du musst es reparieren. Bis sie plötzlich. Jawohl, sir. Einheit verloren. Die haben noch nicht nur, ha? Sie geben auf jeden Fall nicht auf, gell? Die Terroristen. Unsere Basis wird angegriffen. Wer hat er, alles klar? Wir sind vor. Die blöde Sau. Jetzt hat er mal den Panzer zerstört. Ich bringe das in Ordnung. Ich bin nur ein Bauer. Ich bin züblich im Film auch mal aus was. Jawohl, sir. Ja, wir sind da hinten los. Einheit verloren. Panzerabteilung bereit. Die kämpft an zwei Fronten, gell? Das ist das Problem. Sie kämen nämlich von jeder Seite. Jawohl, sir. Nein, mein Panzer. Unbedingt da her. Panzerabteilung bereit. Jetzt muss ich mich dringend. Wo ist der Stirn da? Da sind noch mehr. Feuer. Feuer. Das Problem ist, sie schießen gleich wieder in den Skatsturm ab. Einheit verloren. Warnung, Skatsturm abgefeuert. Oh Gott, der kommt schon wieder. Gucken, geht's in Deckung. Wer weiß, wo der einschluckt. Einheit verloren. Wieder da unten. Gebäude verloren. Au. Ja, warte mal. Jetzt bei Mauern, gell? Jawohl, sir. Jetzt muss ich gar nicht so weitergehen. Wo hab ich denn meine Kundschafter? Oh. Ich glaub, die sind alle gefallen, hm? Einheit verloren. Versucht er. Ja, gut. Da unten schaut er allerdings immer noch, ist sie gut aus. Aber gleich, gell? Einheit verloren. So, meine, kriege ich Komplexe. Wie schaut denn so aus? Oh, ganz gut. Einheit verloren. Jetzt hab ich ebenfalls einen Skatsturm. Da, schau mal, dieser. Wie eine Seuche, hm? Wir müssen jetzt dringend da durchgehen. Aber er schaut übel aus. Oh, wieder. Einheit verloren. Er schaut sehr übel aus. Positiv. Wir greifen an. Cruise Missar bereit. Bum, falls in Deckung. Sie kommen. Versteckung, hm? Da oben. Oh, da ist das eine Schlacht. Hättet nicht gemeint, gell? Jawohl, sir. Feuer eröffnen. Einheit verloren. Feuer eröffnen. Sie haben sich eingegraben. Sie brauchen Verschärkung. Sie sind in Stücke. Okay, boom. Stellung halten. Feuer aus allen Rohren, Männer. Feuer, das tue ich. Das tue ich bereits. Einheit verloren. Wieso, meine, was ist denn das da unten? Panzerabteilung bereits. Schau, den tue ich noch. Neues Bauprojekt. Schwerer Panzer, alles klar. Machen wir sie fertig. Fackelt sie ab. Vielleicht sollte man ja. Wir wollen kämpfen. Wir wollen kämpfen. Wir wollen kämpfen. Wir sehen, der Panzer bereit. Wir wollen kämpfen. Wir wollen kämpfen. Baut zur Verteidigung da losen, ha? Wir wollen kämpfen. Der Panzer, alles klar. Wir wollen kämpfen. Crusader, Panzer bereit. Oh, da geht in Deckung. Näher ins Zielgebiet. Ja, wohl, Sam. Feuer eröffnen. Einheit verloren. Crusader, Panzer bereit. Das war auf jeden Fall der Luftschlag. Einheit verloren. Und es schaut schon besser aus, gell? Es wird besser. Einheit verloren. Ein paar brauche ich noch. Ein bisschen gleich doofi. Jawohl, Sam. Dieser Ohr ist erschütternd. Einheit verloren. Und er hat leider seinen Skatsturm gleich wieder einsatzbereit. Das ist das Problem, gell? Warnung, Skatsturm abgefeuert. Oh Gott, das dritte Mal schon. Boom, geht's in Deckung. Einheit verloren. Oh, schlug dich. Wo? Wo? Da, rum wieder. Gebäude verloren. Ja, gut. Zeigen wir es dem Kern. Feuer eröffnet. Einheit verloren. Versteckung, bitte doofi. Jawohl, Sir. Aber ich glaube, wir haben die Terroristen bei den Eiern. Schau hin. Einheit verloren. Nähern uns neuer Position. Tomahawk-Systeme online. Oh, da warte mal. Jose, der Patzer bereit. Ja, diese Rennviecher. Wie wär's mit der Raketen? Ja, was war denn das jetzt? Einheit verloren. Jawohl, Sir. Ein Kaffee. Ja? Boom, auch wieder. An die Front, bitte. Einheit verloren. Einheit verloren. Oh, da ist das eine Mission, ha? Ich glaube, das ist bisher die heftigste. Oh. Boom, geht's in Deckung. Mein Skatzsturm. Warnung, Skatzsturm abgefeuert. Dann hau meiner da rein. Wo bleibt er? Jawohl. Der ist kaputt, gell? Der feindliche Skatzsturm ist kaputt. Hey, sie bauen uns schon wieder auf. Nimm mal lang. Mein Bomber. Der Bomber der Nation. Den hau ich da rein. Er kommt schon. Und zwar im Alltempo. Es ist noch mehr. Feuer. Wow. Das haben wir in der Däune. Tomahawk-Systeme online. Dr. Tomahawk. Der haut des Tunnels ist ihm weg. Vorsicht, wir greifen an. Jawohl, Sir. Das wird sich aufwicken. Das war der Palast, gell? Beziehungsweise die Kommandozentrale. Der ist Schrott. was? Das ist unser Nobles. Und das ist unser Nobles? Weiß ich was? Was haben wir denn noch? zielgebiet da schauen wir das auch wie weit geht es nur noch hin zu befehlen diese terroristen hat aber wir haben sie oder? Weiß ich schon. Zumindest ist die Basis weg, okay? Ach, da ja vorne. Noch nicht ganz. Oh. Da ist alles im Arsch, okay? Kein Wunder. Nach drei Raketenschlägen, okay? Stehen wir allerdings eh noch relativ gut da. Ach, da hinten noch. Warte, auf die haben wir gleich. Die Tunnel sind immer das glänzende Problem. Jetzt haben wir Scheiben auch. Scheibenbau, gerade noch das da. Ja, wie jetzt? Du weißt es noch nicht, okay? Weiß ich mal herf. Werde mal da hinten schauen. Ja, da auch noch. Jawohl, Sir. Ich habe es. Hauen wir gleich. Feuer des allen hohen Männern. Wir sind unterwegs. Zeigen wir es dir, Kerl. Proceder-Panzer bereit. Bumm, halt es drauf. Wir haben es gleich. Und das hört sich gut an. Das ist der Triumph. Sie haben gewonnen. Alter. Ja, war das eine Schlacht, auch? Und da haben wir einige Verluste gehabt, gell? Der Gegner haben so mehrere. Ja, war das eine Schlacht. Wir haben drei Raketenschläge eingesteckt. Aber wir haben uns ordentlich verteidigt. Und dem Gegner alles entgegengekaut, was wir gehabt haben. Und deswegen haben wir gewonnen. Was uns in der nächsten Mission erwartet, seht ihr in der nächsten Folge. Servus. 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 Servus.